Das Stiftsgymnasium Atmund erweitert sein Bildungsangebot und führt ab dem Schuljahr 2526 in den neuen Schulzweig mit Schwerpunkt Sport ein. Dieser ergänzt die bereits bestehenden Ausbildungszweige in den Bereichen Sprachen, Musik und Naturwissenschaften und setzt einen besonderen Fokus auf Albinsport und Outdoor-Aktivitäten. Wir feiern ja wie bekannt heuer 950 Jahre Stift Atmund und davon wieder 380 Jahre lang Gymnasium eigentlich hier vor Ort. Und in den vielen Jahrhunderten sind Jugendliche immer aufs künftige Leben vorbereitet worden, einerseits durch Wissen, andererseits auch durch christliche Wertevermittlung. Ein guter Weg, den man hoffentlich dadurch in die Zukunft hinein schafft. Und man betrachtet diese 380 Jahre und man merkt, es sind immer wieder neue, aktuelle Zweige dazugekommen. Und im genialen Nachdenken alle in der Schule Verantwortlichen, vom Herrn Direktor und anderen, die sich vor allem in diesem Zweig sehr gut auskämen, sind auf die Idee gekommen, es wäre höchste Zeit, einen Sportzweig auch bei uns hier im Stiftsgymnasium in Atmund zu installieren. Und so haben sie sich dahinter gesetzt und sind dran gegangen, dass man es nächstes Jahr mit in die Zweige, die sowieso schon bestehen, aufnehmen kann. Der neue Sportzweig ist für Schüler der ersten und fünften Klassen wählbar und soll den jungen Menschen neben der schulischen Ausbildung auch spezielle Werte vermitteln. Wir sind eine Schule, die ganz bewusst in dieser Region etabliert ist. Wir sind eine Schule, die aus dieser Region und mit dieser Region lebt. Und deshalb war es für uns ein großes Anliegen, aus Anlass dieses Jubiläumsjahres, nachdem wir vor 20 Jahren den letzten neuen Zweig etabliert haben, da wieder eine neue Perspektive in den Blick zu nehmen und etwas voranzubringen, wo es uns eigentlich aber schon lange irgendwie nahe ist und wichtig und wertvoll ist. Die einzigartige geografische Lage der Schule im Gesäuse bietet hervorragende Bedingungen für Outdoor-Sportarten. Bei uns ist es sicher so gewesen, dass von extern ein bisschen der Anstoß gekommen ist. Vor einigen Jahren ist einmal eine ehemalige Kollegin an mich herangetreten und hat gesagt, mit eurer Region, mit der Umgebung, warum macht es da nicht irgendwer in Richtung Outdoor was? Ich habe es damals eher noch fast ein bisschen als eine sehr, sehr kühne Idee gesehen. Vor mittlerweile zwei Jahren ist dann wieder ein Bekannter aus der Bergführerei an mich herangetreten. Wäre da eine Möglichkeit, im Bildungsbereich etwas zu tun? Ich habe es dann immer wieder extern von Gästen in der Bergführerei miterlebt, dass die einfach den Anknüpfungspunkt im Bergsport suchen. Oft aber die Möglichkeiten nicht haben. Und so können wir vielleicht den Erstkontakt in diesem Bergsportbereich oder Outdoor-Bereich ein bisschen schaffen. Und ja, viele, viele Sitzungen, viel, viel Gehirnschmalz später sind wir jetzt so weit, dass wir es versuchen zu starten und hoffen natürlich, dass das eine gute Resonanz findet. Darüber hinaus werden den Jugendlichen moderne Trainingsmöglichkeiten auf dem weitläufigen Schulgelände mit Turnhallen, Schwimmbad, Laufbahn und Sportplätzen zur Verfügung gestellt. Es gibt für die Schule, glaube ich, einen Mehrwert, einen ganz großen Mehrwert, weil wir in der Region, in der unsere Schule eben ist, da bietet sich das an, weil wir Outdoor ganz viele Möglichkeiten haben. Wir haben am schuleigenen Gelände zwei Sportplätze, ein Schwimmbad, das wir nutzen können. Aber wenn man ein bisschen weiter schaut, die Berge lachen fast mit dem Fenster rein. Und ich denke, das ist so attraktiv und so spannend und wir wollen einfach die Schule auch nach außen tragen und diese Möglichkeiten nutzen. Zusätzlich sehe man im neuen Sportzweig nicht nur eine Bereicherung für die Schüler, sondern auch eine Chance für die touristische Entwicklung der Region. Also ich spiele allgemein sehr viel Fußball und mir taugt der Sport sehr, weil ich damals in der ersten gewesen bin und hätte mich der Sportzweig auch sehr interessiert. Jetzt bin ich da für Musik, wegen dem bin ich jetzt auch da geblieben, aber Sport hat mich auch sicher sehr interessiert. Ich finde es cool, dass es in unserer Schule viele verschiedene Sachen gibt, zum Beispiel musikalisch auch, das gehe ich. Und das Sportliche finde ich voll cool für die Leute, die gerne Sport machen und für verschiedene Sportarten ausüben und die können dann auch den Sportzweig gehen. Mit dieser Initiative setzt das Stiftsgymnasium Admund ein starkes Zeichen dafür, wie Tradition und Innovation erfolgreich kombiniert werden können. Das Benediktiner Stift hat in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel in die Modernisierung des Schulgebäudes investiert, was den Grundstein für die Weiterentwicklung der Schule legt.